4% sind wichtig, weil gerade in der Ausbildung jeder Prozent zählt. 4% sind wichtig, weil neben Beschäftigungssicherung die Stärkung von Einkommen ebenso wichtig ist. 4% sind wichtig, weil der Stern nicht von alleine fährt. 4% sind wichtig, weil wir 100% Leistung bringen. 4% sind wichtig, weil es nur gerecht ist, die coronabedingten Folgen nicht weiter auf den Schultern der Beschäftigten abzuladen. 4% sind wichtig, weil Eltern dieses Jahr so manche Nachtschicht gebracht haben. 4% sind mir wichtig, weil ich auch den Einzelhandel nach der Krise unterstützen möchte. 4% sind wichtig, weil es mir Taschengeld im Urlaub gibt. 4% sind wichtig, weil du später mehr von der Renten hast. 4% sind mir wichtig, weil ich mir auch in Zukunft einen qualifizierten Handwerker leisten will. 4% sind wichtig, weil die Zukunft nicht nur durch Luft und Liebe wächst, sie braucht auch super Frauen und super Männer und sie haben große Wünsche. 4% sind wichtig, weil es an Weihnachten mehr Geschenke gibt. Frohe Weihnachten! 5%. 6. Untertitelung des ZDF, 2020